Sie möchten sich gesund ernähren, doch stundenlang in der Küche stehen kommt nicht in Frage? Im Kontaktgrill schwimmt alles vor lauter Öl und Fett. Sie möchten endlich gesund und superköstlich kochen und das blitzschnell. Ab heute kein Problem mit Flip Switch, dem genialen, drehbaren Multifunktionsgrill von Livington. Befüllen Sie Flip Switch ganz einfach mit allen Ihren Lieblingszutaten. Und in wenigen Augenblicken genießen Sie herrlich knusprige Pizzaschnitten, schmackhaftes Spinat-Käse-Omelett oder den besten Panini-Burger mit Tomate und Mozzarella. Kochen Sie gesund und kalorienarm ohne Öl, blitzschnell und vor allem super lecker. Die Möglichkeiten sind absolut grenzenlos. Wie oft haben Sie Ihre Speisen schon verbrannt? Livington Flip Switch verbrennt dank automatischer Temperaturregelung absolut nichts. Und Sie erhalten das schönste Spiegelei in Sekunden. Der Backofen braucht ewig, bis er heiß ist. Vergessen Sie's, Flip Switch zaubert Ihnen die herrlich zartesten belgischen Waffeln in Rekordzeit. Und der Geschmack ist unvergleichlich. Livington Flip Switch ist einfach perfekt, wenn's richtig schnell gehen muss. Egal ob für Singles oder zu zweit, für die ganze Familie und auf Partys. Einfach für jedermann. Und er passt in jede Ecke und in jede Küchenschublade. Egal ob zu Hause oder zum Beispiel beim Campingurlaub. Mit Flip Switch geht alles blitzschnell und schmeckt super lecker. Was macht Livington Flip Switch so genial? Die beiden 800 Watt starken Heizelemente. Ihre Speisen werden oben und unten gleichmäßig gegart. Jede Speise wird ein Gedicht. Die automatische Temperaturregelung. Flip Switch schaltet sich aus, wenn die perfekte Temperatur erreicht ist. Und wieder ein, wenn die Temperatur fällt. Ihre Speisen werden immer perfekt gelingen. Die super starke Zwei-Komponenten-Keramikbeschichtung mit Lotus-Effekt sorgt dafür, dass Ihre Speisen niemals kleben werden. Und das Säubern ist ein wahres Kinderspiel. Nicht mal ein geschmolzener Plastikbecher hat bei Flip Switch eine Chance. Aber die absolute Sensation bei Livington Flip Switch ist, Sie können die Einsätze super einfach in nur 5 Sekunden austauschen. Der Grilleinsatz für herrlich zartes Hühnchen-Teriaki oder gegrilltes italienisches Gemüse. Oder fluffig-leichten Brioche-Toast mit Bananen und Schokolade. Und der Waffeleinsatz für gesunde, schmackhafte Low-Carb-Spinatwaffeln. Oder himmlische Schokowaffeln mit Kirschen und Honig. Der Omelette XL-Einsatz für unglaublich schmackhafte Omelette-Variationen. Oder den leckersten Kaiserschmarrn mit Marillenröster. Und der Geschmack ist unvergleichlich.